Die Sache ist die, wir sind eine Gruppe von Dieben. Und wenn wir loslegen, machen wir uns zwangsläufig Feinde. Und manchmal sind diese Feinde auf Rache aus. Ehrlich gesagt, haben wir der falschen Person geholfen, die falsche Sache zu stehlen. Wir hatten nicht vor, das größte Übel zu entfesseln, das die Welt je gesehen hat. Aber wir werden das regeln. Und wie wollen wir das anstellen? Denken wir bei einem Drink drüber nach? Super Idee. Damit wir eine echte Chance haben, brauchen wir Stärke. Du packst das, oder? Nein, schon. Du nicht. Außerdem brauchen wir Mut. Magie. Und dich. Was ist das für ein Viech? Das ist Neuenbär. Seid gewarnt. Ist böse, lauer Tee. Ich bin froh, dass er auf unserer Seite ist. Der da ist gefährlich. Was auch immer uns erwartet. Wir werden bereit sein. Was genau ist deine Aufgabe? Ich bin ein Planer. Ich schmiede Pläne. Ja. Du hast den Plan schon geschmiedet. Falls dieser Plan fehlschlägt, schmiede ich einen neuen Plan. Also schmiedest du Pläne, die fehlschlagen? Nein. Außerdem zupft er die Laute. Nicht relevant. Ich bin froh, dass er was soll. Untertitelung des ZDF, 2020